Musik Jedes Jahr vergibt der Deutsche Bundestag das internationale Parlamentsstipendium an bis zu 120 qualifizierte, politisch interessierte junge Menschen aus Mittelost- und Südosteuropa, einigen arabischen Staaten, Israel, Frankreich und den USA. Der Deutsche Bundestag bietet das IPS in Kooperation mit den drei Berliner Universitäten in jedem Jahr vom 1. März bis zum 31. Juli an. Herzstück des Programms ist das Praktikum im Büro eines Abgeordneten. Die Stipendiaten nehmen außerdem an einem Begleitprogramm der Berliner Universitäten und politischen Stiftungen teil. Das IPS ist ein einzigartiges Programm, dieses Land, die parlamentarische Demokratie und unser politisches System kennenzulernen. Wir als Abgeordnete haben die Chance, jungen Menschen Einblick in unsere Arbeit zu geben, aber nicht nur in die politische Arbeit, sondern eben auch in das, was unsere Arbeit noch ausmacht. Meine Motivation für dieses Stipendium war, in einem anderen Land das politische System kennenzulernen. Das ist sehr wichtig, besonders für uns aus Ost- und Südosteuropa, weil unsere Demokratien noch immer ziemlich jung sind. Es gibt keine ideale Demokratie, aber es gibt die Vorbilder. Das ist ein sehr intensives, aber auch sehr buntes Programm. Man kann sehr viele Kontakte knüpfen, ganz interessante Leute kennenlernen. Also diese Offenheit und Transparenz, ich habe das auch als Vertrauen wahrgenommen, das hat mich dann beeindruckt. Die Arbeit des Bundestages und wie man politische Entscheidungen trifft, es war für mich ganz wichtig, es zu sehen, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Das ist die Investition in sich selbst und das ist die Investition in das Land, woher man kommt. Der Deutsche Bundestag gibt diesen jungen Menschen die Gelegenheit, fünf Monate das deutsche parlamentarische System und politische Entscheidungsprozesse kennenzulernen. Ein direkter Einblick in die Vorzüge, aber auch Herausforderungen des deutschen Parlamentarismus. Dieses Programm ist ja sicher eines der originellsten, auch wie ich glaube ehrgeizigsten und auch auffälligsten Programme, das der Deutsche Bundestag in den letzten Jahren entwickelt und immer stärker ausgebaut hat. Wir wollen mit diesem Programm junge Leute in Verbindung mit ihrem Studium eine Möglichkeit geben, nicht nur einen flüchtigen Eindruck von Deutschland und von Berlin als Hauptstadt und von unserem politischen System zu gewinnen, sondern einen persönlichen vertieften Eindruck zu gewinnen durch die Verbindung von einer akademischen Unterrichtung oder Unterweisung auf der einen Seite und einem Praktikum in einem Büro eines Abgeordneten. Und wir fühlen uns eigentlich durch die Erfahrungen, die wir jetzt in beinahe 30 Jahren mit diesem Programm gemacht haben, auch sehr ermutigt, dass der Aufwand, der damit zweifellos verbunden ist, lohnt. Das Angebot des Stipendiums ist umfangreich und umfasst alle wesentlichen Schritte der parlamentarischen Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich bin dabei, weil ich bekomme auch unterschiedliche Aufgaben. Ich helfe faktisch den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Ich helfe auch, wenn Besuchergruppen nach Berlin kommen. Hallo, ich möchte gerne einen Termin für eine Besuchergruppe am 8. des Monats ausmachen. Bürgernähe und Transparenz sind die Merkmale einer parlamentarischen Demokratie. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der Arbeit der Abgeordneten mit ihren Wahlkreisen. Ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass unsere Stipendiaten auch in die Wahlkreise kommen, um zu erleben, wie deutsche Parlamentarier auch den Kontakt halten zu den Bürgern, zu den kommunalen Gremien, zu den kommunalen Verantwortlichen. Wir nehmen sie dann häufig auch mit zu Bürgersprechstunden oder auch in Sitzungen kommunaler Gremien, in einen Gemeinderat, in einen Stadtrat. Dann stellen die Menschen doch sehr schnell fest, dass hier in Deutschland die Verwurzelung der Abgeordneten mit ihren Wahlkreisbürgern sehr ausgeprägt ist. Wir wollen Lust und Leidenschaft für politisches Handeln entfachen und Interesse wecken an Demokratie und parlamentarischer Gestaltung. Das gelingt uns sehr gut und deshalb ist das natürlich auch ein Programm, was gut ist für den Lebenslauf. Aber es geht vor allem darum, wirklich auch zu merken, dass man politisch etwas verändern kann und wie wichtig es ist, über Meinungen zu streiten, aber dann aber auch zu einem Konsens zu kommen. Für jeden Parlamentarier und dessen Mitarbeiter umfasst der Arbeitsalltag des Bundestages weit mehr als die öffentliche Debatte im Plenum. Der parlamentarische Betrieb läuft vor allem im Hintergrund, zum Beispiel in der Bibliothek des Deutschen Bundestages. In der drittgrößten Parlamentsbibliothek der Welt wird von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern für die Vorbereitung von Gesetzesentwürfen, Anträgen und die Arbeit in den Fraktionen recherchiert. Das Herzstück der Arbeit ist die Anwesenheit im Büro des Abgeordneten, die Mitarbeiter beim Abgeordneten. Sie bekommen mit, wie Gesetze entstehen, sind bei den Lesungen dabei, können den Ausschüssen mitmachen, mithören, mitarbeiten an den Entwürfen auf das Abgeordneten. Sie bekommen aber auch mit, wie Gesetze wirken. Durch Bürgerbriefe, die sie beantworten, durch Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern, die anrufen im Abgeordnetenbüro. Also sie bekommen beide Seiten mit. Das Entstehen eines Gesetzes, aber auch die Wirkung eines Gesetzes. Ich habe nochmal gesehen, die ganzen Dimensionen einer Debatte, das hat mich auch besonders interessiert, inwieweit die Zivilgesellschaft da involviert wird, wie eine zentrale Frage einfach aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen, behandelt wird. Letzte Absprachen auf dem Weg in den Plenarsaal. Die Stipendiaten werden in die Recherche und Ausarbeitung der Reden eingebunden. Sie schreiben Pressemitteilungen und begleiten die Abgeordneten zu Presseterminen. Die Parlamentarier schätzen die Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Wichtig ist es ihnen auch, durch die Stipendiaten mehr über das jeweilige Heimatland zu erfahren. Regelmäßige Arbeitstreffen der Mitarbeiter eines Abgeordnetenbüros sorgen für eine effiziente Aufgabenteilung. Zur Demokratie gehört neben der Regierungsarbeit auch die der Opposition. Die Stipendiaten können an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität und der Freien Universität an Lehrveranstaltungen teilnehmen. In Seminaren des Bundestages und der politischen Stiftungen setzen sie sich mit Politik, Gesellschaft und Kultur in Deutschland auseinander. Wenn ich vorhin gesagt habe, nach meinem Eindruck lohnt der Aufwand, den wir treiben, dann auch deswegen, weil wir ja nicht nur regelmäßig außerordentlich freundliche Rückmeldungen von den allermeisten der Stipendiaten bekommen, unmittelbar unter dem Eindruck dieser fünf Monate, sondern in vielen Fällen sich daraus langfristige Verbindungen ergeben haben, sowohl zu den Abgeordneten oder den Mitarbeitern der Abgeordneten aus dieser Zeit während des Stipendiums, aber auch durch in vielen Fällen politiknahe Verwendungen in ihren Heimatländern. Beim IPS sind 120 Hochschulabsolventen aus über 40 Nationen zusammen für fünf Monate hier in Berlin und lernen das Parlament kennen und lernen kennen, wie die Abläufe funktionieren, lernen Abgeordnete kennen und lernen sich auch untereinander kennen. Ich glaube, das ist für die jungen Leute eine ganz wichtige Erfahrung. Das Besondere ist, dass sie hier das Parlament kennenlernen. Und das Parlament ist das Herz der Demokratie. Und wenn das Herz schlägt, funktioniert auch die Demokratie. Und die Stipendiaten können vor Ort sehen, ob es wirklich schlägt, wie es funktioniert. Und das ist der Unterschied zu jeder Diktatur, das Parlament. Ministerien gibt es überall, Gerichte gibt es überall, aber eine funktionierende Demokratie ist nur dann da, wenn das Parlament richtig gut arbeitet. Das internationale Parlamentsstipendium ist eine langfristige Investition in die Festigung demokratischer Werte und Toleranz, so wie in die Förderung kultureller Vielfalt und des friedlichen Zusammenlebens. Ich glaube, ich bin dadurch europäischer geworden, weil ich verstanden habe, dass Europa nicht nur die Europäische Union ist, sondern auch andere Länder im Balkan zum Beispiel oder Russland. Besonders in Erinnerung bei mir bleibt auf jeden Fall die Freundschaften, die ich mit den anderen IPSler habe, aber auch, wie bürgernah die deutsche Politiker sind. Ich habe wirklich sehr klüge Leute kennengelernt, andere Stipendiaten. Und das ist ein unglaublich guter Raum für den Austausch der Ideen. Dieses Stipendium, das Programm, das war für mich eine außerordentliche Erfahrung. Und ja, danke Bundestag, danke Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017